Ich kann dir versprechen von diesem Rednerpult aus, nächstes Jahr haben die Zeit, wissen wir nicht, haben wir es schon gewählt, sind wir mittendrin in den Wahlkampf. Wir in der Steuerung werden alles dafür geben, damit wir und du gemeinsam dieses Ziel, das Bundeskanzleramt, erreichen, lieber Herbert, mit voller, voller Kraft, wenn wir das tun. Und liebe Freunde, lieber Herbert, wir machen das nicht, damit man regiert, des Regierenswillens. Nein, liebe Freunde, wir machen das deshalb und das spürt ihr alle auch jeden Tag, weil es höchst an der Zeit ist, weil es fünf nach zwölf ist, diese Volkspartei, diese grünen Klimafanatiker und natürlich auch die Scheinopposition bestehend aus SPÖ, Neus und Sonstigen endlich auch abzuwählen, weil Österreich es braucht. Nicht, weil wir regieren müssen, weil Österreich es braucht, weil ihr es braucht und wollt und weil wir es unseren Kindern und Enkelkindern auch schuldig sind.